Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren folge pokémon emma woods in der randomizer naslock challenge ich habe alle mal so auf level 10 trainiert und ich glaube wir sind bereit wegen scheiß leute petriburg woods ok hallo junger mann er hat ein pokémon gefahren wow ok was hast du denn schönes gefangen für uns fiebes die kraft ok es ist anscheinend war schuft war ich war schuft oder keine ahnung barsch xy müsste aus dieser generation hat sich glaube ich auch sein es ist es ist echt kein schönes pokémon es tut mir echt leid ok pommelow ich weiß es nicht ganz pommelow ist ein bisschen schwierig oder fluffelow und es ist level 3 jung ich hatte jetzt extra alle auf level 10 trainiert aber ich dachte ich bin komplett unter level weil die letzte trainerin auf level 9 hatte und ich hatte glaube ich level 6 7 oder so keine ahnung und jetzt kommen die wieder mit level 3 pokémon so der scheiß und ich kann ja ein pokémon fangen dürfen wir jetzt überhaupt nicht vergessen und hör auf meine attacke zu senken du stück scheiße ach komm schon das ist doch langweilig man das ist doch kein kampf stirb dankeschön und wir werden kaum erfahrung dafür bekommen wasser ein viel das ist doch ein kokon larry hat übrigens auch sandsturm gelernt wenn wir uns von hier einsetzen aber weißt du was wir brauchen wir haben es das klug ja sollte auch ein kokofi bei sind kaputt mhm lecker kasko französisch wie viel hast du alter ja jeden käfer einmal und iglibuff iglibuff oh gott das sieht so derpy aus ok ja ok fangen wir unser popo pokémon hann hann oh Man das nicht fair ok aber wir werden was auch noch oder ich fühle mich zu praktinieller entwickeln wenn ich richtig liege also sollte eigentlich ganz geschmeidig ablaufen oh shit ok hab noch nicht das wird das viel bringen und der drücken bei bei wenigstens drin mach ich noch weiter coolst du du fack sie Wenn ich sage, bleib drehen, dann bleib sprichst du da, ich sprich das verstanden. Übrigens, Schalocko, es ist, es ist, äh, es war ungewissig, irgenhaft zu trainieren, denn ich glaube, dann muss ich meine, meine Sonderbonbons mal ein bisschen rausholen. Ich hatte ein paar Sonderbonbons in der Box für solche Fälle. Ich hatte ja auch Trasler und weil es anfangs überhaupt nichts konnte, was irgendwie angriffmäßig ist, dann habe ich mich einfach dabei gelassen, weil die Sonderbonbons wieder krachen getrückt. Und wenn du jetzt nicht dran bleibst, dann war das für dich. Eins, zwei, drei, okay. Leute, dieses Pokémon wird nicht in unser Team kommen. Ich weiß, ich weiß. Ein starker Verlust für uns alle. Ein starker Verlust. Oh, jetzt war weg, bitte. Dankeschön. Und da war's. Cool. Pokémon! Und da ist ein merkwürdiger Typ. Hallöchen! Nicht zu finden. Hast du ein Pokémon namens Knic gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Oh, da ist der Boy! Äh, hi! Gib mir die Papiere! Oh nein, das ist ein Papier! Hilf mir! Das ist Team Aqua! Nicht das Team Aqua! Oh Gott. Okay. Oh nein, er hat ein Kokuna! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Es ist, es ist, es ist Kokuna. Okay. Und das ist echt ein bisschen problematisch, weil das... Nee. Das fang ich gar nicht erst an. Ich weiß ganz viel aus, dass wir Ewigkeiten dauern, weil wir das selbe nur hin ist. Und dann, okay. Und wir haben ihn besiegt. Cool. Oh nein, es ist Team Aqua besiegt! Falsche Synchronstimme! Äh, das war knapp. Äh, hier. Bitteschön, Superball. Oh man, dieser Ball, der ist voll super, Alter. Ich... 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 Ich kann's nicht glauben, wie super dieser Ball ist. Okay. Hallo, Trainer! Yo, du! Äh, der... Was... Auch immer. Oh, ein paar Golle, Level 11 erreicht. Okay. Chillig. Constrict. Was ist das? Hallo! Nimmst du... Was? Warum musst du Käfer-Pokémon mit zur Schule? Ähm, okay. So viel dazu. Es ist... Ich dachte grad Mewtwo, Alter. Ich hab erst Mewtwo gelesen, ey, okay. Das, äh... Wär jetzt nicht so optimal gewesen. Okay. Hut, Hut. Äh... Larry. Nehmen wir Larry. Lürft nicht die verkehrte Wahl sein. Naja, dann macht die Biss-Taktik. Das hat sich auf jeden Fall erledigt. Und wir haben ihn besiegt. Ist das Scheiden? Ne. Ich dachte grad, das ist Scheiden, weil das so golden ist, ey. Alter. Ja, kann ich so einen schrecken, ein junger Mann? Du bist kein Scheiden, auch wenn du glänzt wie eines. Alter. Ich hab mich jetzt echt gewundert, was das... Alter. Okay. Das war kein Shiny. Aber wir haben einen E-Tock gefunden. Den ich nie einsetzen werde. Und hier sind so Scheiderbüsche. Das einfach nur kleine Büsche sind. Okay. Das ist ein dichter Wald. Und hier sind Bären. Wuhu. Bären. Wuhu. Und hier können wir auch wieder ein neues Pokémon fangen, Leute. Ich weiß. Unerwartet. Go, go, go. Yes. Parasek, Mann. Wir bekommen Parasek. Also wir haben noch Parasek. Aber wir bekommen Parasek. Ist tatsächlich... Ich hab's mal sehr oft im Competitive-Bereich gespielt. Und da war's eigentlich ganz okay. Also von daher... Yeah. Ich hab Bock, Leute. Ich hab Bock auf das Vieh. Oh mein Gott. Wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben überhaupt noch Pokébälle. Oh, der hat uns den Superbüsche noch geschenkt. Stimmt, ja. Wuhu. Wir haben ihn. Okay, 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 okay. Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Das ist ein Mushroom-Pokémon. Okay, Leute. Dieses Pokémon hat ab heute den Namen... ...Magic. Warum? Lass ich eure aufhören tasten. Willkommen im Team Magic! Wuhu. Okay. Ja, ich trainiere ihn dann zum nächsten Port hin. Da ist noch ein Magic. Hallo, Magic. Ich bin Magic. Ich weiß, dass du Magic bist, Magic. Ich bin Magic. Okay, wir haben's verstanden. Du bist ein magisches Vieh. Und ich hab' keinen Bock, ich nicht zu kämpfen. Gehen wir noch schneller rein und holen uns unsere Kanne ab. Wir müssen uns eine Kanne für uns geben. Hast du die Kanne? Sie hat die Kanne. Und ist stolz drauf. Hallo. Ich bin's. Johnny. Wer hat Geld? Du hast Geld? Ich will auch Geld. Gib mir Geld. Es ist Winston. Nicht Winston. Hey, ich bin Zick-Zack's. Hallo, Zick-Zack's. Hallo, Zick-Zack's. Macht's Spaß, ein Zick-Zack's zu sein? Ja, war viel Spaß, Mann. Ich weiß. Ich bin Larry. Hallo, Larry. Was? 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 Wer hat mir gefehlt? Hilfe. Ey. Was war das? Wer hat so geschrieben? Halt die Klappe, Larry. Okay. Ähm, mach mal das, ähm. Beenden wir das, bitte. Wenn du jetzt noch einen Trank hast. Ich... Okay. Danke. Hat einfach eine Top-Genesung, also. Ich glaub's dir. Wie konnte ich nicht gewinnen? Was? Was war denn los mit meinem Pokémon? Und dieses Mädchen hat eine große Oberweite, Leute. Okay. Sollte ich oder sollte ich nicht? Ja, okay, ich kämpfe. Tu das. Es ist, äh, es ist, äh, Hayley. Mit einem Meta-Board. Pop, mit einem Meta-Board, was auch immer. Weiß. Ich wollte. Gut gemacht, Larry. Ich wollte. Wann entwickelt sich Larry? Ich werde mir das vielleicht mal aufschreiben, in welchen Level die sich entwickeln. Wäre vielleicht nützlich. Äh. Was für ein Vieh? Ich hab's hier nicht gelesen. Neh, mir einfach mal Chuck. Oh mein Gott, es ist Knilz, Leute. Knilz. Ich kenne da jemanden, der sich über dieses Pokémon nennt, nur am Freuen würde, Leute. Ihr auch? Cool. Ich auch. Halt die Klappe, Larry. Okay. Oh, das war's. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, was uns hinter dieser Brücke erwartet und weiter werden wir in der nächsten Folge sehen. Haut rein, bitte. Tschüss. Tschüss.